Ja, Leute, wie sieht's aus? Wenn du an Sachsen kommst. Yeah. Und nochmal für Takte, Leute, was geht? Aha. Ja. Okay, okay, okay. Ja. Hallo Münze, hallo Heimatstadt, hallo Leidenschaft, hallo Einzelhaft, hallo Vereinzelung, hallo Zeilen und Bruch, Mode und Extreme, hallo Scheitelpunkt, hallo Bayern, hallo Freistaat, geliebte Heimat, gehasste Feindschaft, hallo Zeitvertreibung, hallo Heilanstalt, Polizeigewalt und einerlei Einheit frei. Ist große Kältung, große Hoffnung hier, ist so gemütlich, aber so kompliziert, die Armen und Unnützen leben am Stadtrand, die lauten und schlaflosen Nerven, Nachbarn, ist sie im Haus, die Scherben gekehrt, Werte verbraucht, Müll, Eimer geleert. So lange sie können, spielen die Kinder im Dreck, wer zu fertig ist, zieht von ihr weg. Ha, ha, von wo sollen wir weg, wo wollen wir hin, eine Höhne zum Schlafen und ein Feld noch zu spielen. Wo wollen wir hin, wo dürfen wir bleiben, ja, klasse um sich zu treffen, die Sonne um sich zu zeigen, wuuuuh. Dirk, du bist extrem überrascht, oder? Du hast doch auch viel, oder? Du hast krass ge-rappt im Video, ja. Du hast krass ge-rappt im Video, ja. Einen 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 18, 18, 19, 20, 19, 19, 19, 19, 20. Vielen Dank.